Ich zeige dir jetzt, wie du die Scheibenbremse an deinem Keredo KITGO 2 schnell und einfach montierst. Den Link zur Bremse findest du wie immer und in der Videobeschreibung unter dem Video legen wir los. Drehe zuerst deinen KITGO um. Bevor du jetzt die Räder abmontierst, merke dir die Laufrichtung der Räder bzw. der Achse. Drücke anschließend den Gummibumper und ziehe dabei das Rad ab. Stell die Bremse fest, damit sich die Achse gleich nicht mehr mitdreht. Entferne die drei Schrauben an beiden Achsen und die Metallplatte, die sich nun löst, die nimmst du ab. Schiebe jetzt die Standfüße an der Achse auf, einmal links und einmal rechts. Fixiere sie dann jeweils mit einer kleinen Schraube. Mit den Füßen kannst du den Wagen später ohne Räder auf den Boden stellen. Die Bremsscheiben haben eine Laufrichtung. Der Pfeil auf der Scheibe zeigt die Laufrichtung an. An der linken Achse muss der Pfeil nach außen zeigen. Mit den drei Schrauben, die du sovor entfernt hast, schraubst du die Bremsscheibe jetzt fest. Auf der gegenüberliegenden Achse, also rechts, wird die Bremsscheibe genau anders herum montiert. Die Seite ohne Pfeil zeigt nach außen. Festschrauben, fertig. Nochmal zur Übersicht, die rechte Bremsscheibe und dann noch die linke Seite. Weiter geht es mit dem Bremssattel. Achtung, auch hier musst du auf die Seite achten. Eine Bremsbacke hat ein L aufgedruckt, das ist links und die andere ist für die rechte Seite. Der Sattel wird gleich von innen durch zwei Löcher verschraubt. Setze den Sattel auf die Bremsscheibe und zwar so, dass sich die Bremsscheibe zwischen den beiden Backen befindet. Dann schraubst du alles mit den beiden langen Schrauben von innen fest. Die Bremsbacken müssen allerdings noch justiert werden. Betätige den Bremshebel und wie du siehst, greifen die Backen jetzt und liegen an der Bremsscheibe an. Halte den Hebel in Position und ziehe dann die beiden Schrauben am Sattel an. Wie du hier siehst, schleift da absolut nichts. Du weißt jetzt wie es geht, die andere Seite schaffst du alleine. Zeit den Bremshebel zu montieren. Du hast dich gefragt, wieso der Schaumstoff am Griff an einer Stelle unterbrochen ist. Ganz einfach zieh den Schaumstoff auseinander, sodass du die Schelle des Bremshebels um die Stange legen kannst. Richte die Bremse so aus, dass du sie bequem greifen kannst und dann ziehst du die Schraube an der Schelle fest. Jetzt verlegen wir den Bremszug und das ist mit das Komplizierteste an der ganzen Aktion. Das Ende mit dem runden Metallstück, das hängst du oben an der Bremse ein. Führ danach den Zug nach vorne zur Schraube. Fixiere den Bremszug mit den Klettbändern am Griff. Das zweite Klettband verwenden wir weiter unten. Den Zug verlegen wir jetzt ins Innere des Wagens. Auf der Rückseite siehst du die beiden Enden im Wagen. Am Boden des Wagens gibt es links und rechts einen Ausgang. Auf der Unterseite des Wagens kannst du das etwas besser sehen. Die längere Seite des Zuges steckst du durch das Loch rechts im Boden. Die kürzere Seite wird links durch das Loch geschoben. Achte unbedingt darauf, dass beide Hüllen in der Gabelung des Zuges stecken. Im nächsten Schritt steckst du den Zug durch die Vorrichtung am Bremssattel und führst ihn dann unter der Metallhalterung hindurch. Halte den Zug straff ohne den Hebel zu bewegen und ziehe die Schraube an. Betätigst du jetzt den Bremshebel, dann wird bereits gebremst. Die Bremse reagiert allerdings noch viel zu spät. Ziehe jetzt am Zug und drehe dann die Schraube am Bremshebel heraus. Fixiere sie mit der Gegenschraube. Das sorgt dafür, dass du den Hebel weniger stark drücken musst. Das reicht dir aber immer noch nicht ganz aus. Die zweite Möglichkeit den Zug zu justieren ist die Schraube an der Gabelung. Dreh sie heraus, dann wird der Zug stärker gespannt. Aber halt, wir sind noch nicht fertig. Auf die Enden des Zuges werden jetzt noch Hülsen aufgesetzt und mit einer Zange zusammengedrückt. So franzt der Zug später nämlich nicht aus. Im nächsten Schritt steckst du beide Räder wieder auf die Achse. Allerdings musst du jetzt unbedingt noch prüfen, ob der Wagen beim Bremsen ausbricht. Der Wagen zieht hier bei uns nämlich nach links, wenn wir bremsen. Das heißt die linke Bremse zieht früher bzw. zuerst und stärker an. Deswegen justieren wir jetzt die rechte Bremse. Ziehe an der rechten Bremse den Zug heraus und schraube die Schraube heraus, um den Zug zu spannen. Auf diese Weise justierst du die Bremse links oder rechts. Das machst du jetzt so lange, bis der Wagen beim Bremsen gerade stehen bleibt und nicht mehr ausbricht. Du warst erfolgreich, fertig. Wie du jetzt den Innenraum umbaust oder den Kitco 2 überhaupt zusammenbaust, das kannst du dir hier rechts in meinen Videos ansehen. Wie du jetzt den Innenraum umbricht? Wie du jetzt den Innenraum umbieten? Untertitelung des ZDF, 2020